Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Minecraft Tutorial, in dem ich euch heute eine Villager-bepowerte, vollautomatische Weizen-, Kartoffeln- und Garanten-Farm vorstellen möchte, die eventuell der ein oder andere von euch aus der Serie Redstone World zusammen mit Josef kennt. Die Farm funktioniert ganz einfach und simpel, und zwar benutzen wir einen Villager, der hier seine Produkte fleißig an- und abbaut, sobald etwas gepflanzt wird, wird das hier vorne vom Observer erkannt, der gibt das Signal einmal an einen Dispenser, der mit Bohnenmehl gefüllt ist weiter, so wachsen die Sachen automatisch, der Villager baut das wieder ab, baut wieder was Neues an, und so können wir in extrem kurzer Zeit sehr, sehr schnell große Mengen an Weizen-, Kartoffeln- oder Karotten-Farm. Sinnvoll ist die Farm vor allem dann zu nutzen, wenn man große Mengen an Bohnenmehl hat, diese kann man zum Beispiel mit einem Komposter und einer anderen Naturalien-Farm sehr, sehr schnell erzeugen. Im nun folgenden Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man diese Farm nachbaut, was man dabei beachten sollte, und wie man die Farm am besten nutzt. Das Design-Tutorial in diesem Tutorial ist nicht von mir, sondern von einem sehr, sehr guten Freund, das ist Trekking25, und der Link zu ihm ist oben in der Infocard, unten in der Videobeschreibung, und ich denke mal, er wird sich freuen, wenn ihr ihn einmal liebe Grüße da lasst. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Tutorial, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen. Los geht's mit dem Tutorial, in dem wir uns einmal eine gescheite Position für die Farm raussuchen. Da die Farm mit Villagern funktioniert, können natürlich die Villager durch Dörfer und andere Villager-Farmen abgelenkt werden, deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr mehrere Farmen dieser Farm bauen wollt, oder auch eine einzelne, diese so zu bauen, dass ihr nicht in der Nähe von Dörfern seid. Um genau zu sein, heißt das, dass ihr so um die 50 Blöcke Abstand halten solltet, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Mehrere dieser Farmen kann man natürlich auch nebeneinander bauen, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Los geht's, wenn wir die Position gefunden haben, einmal mit einem temporären Block, auf den setzen wir eine Kiste drauf, in der nachher die Sachen aufgesammelt werden. In die Kiste lassen wir mit Shift-Klick einen Hopper zeigen, und auf diese Kiste kommt der Dirt-Block drauf, auf dem nachher die Sachen automatisiert vom Villager angebaut, beziehungsweise abgebaut werden. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir nun einmal diesen Block mit Wasser versorgen. Das machen wir, indem wir hier hintergehen, einmal eine Art Wasserquelle bauen, die nicht wegfließen kann, und nun ist das Feld ausreichend mit Wasser versorgt. Nachdem wir das gemacht haben, kommt jetzt die Technik, wir setzen hier auf das Dirt-Feld einmal einen temporären Block drauf, lassen auf diesem Block einen Observer zeigen, mit dem Gesicht nach vorne, der erkennt nachher, wenn die Anbauprodukte, zum Beispiel das Weizen, eine Stufe wächst, und das Signal möchten wir jetzt ganz einfach einmal weitergeben, und das machen wir mit drei Blöcken, die hier auf die Ecken gesetzt werden. Wenn wir jetzt hier einen Redstone Dust hin tun, erkennt das der Observer automatisch, und bepowert dann dieses. Das Redstone Dust wiederum bepowert den Block hier vorne, welcher einen Dispenser bepowert, der mit der Öffnung zum Feld zeigen soll, und wenn jetzt hier etwas wächst, erkennt das der Observer, gibt das Signal weiter, der Dispenser schießt wieder Bohnenmehl aus, das können wir schon mal in diesem Fall hier reintun, und so können die Wachssachen dann sehr, sehr schnell automatisiert wachsen. Nun müssen wir das Ganze einmal weiter verkleiden, sodass die Villager hier nicht raus können. Das machen wir, indem wir als allererstes hier vorne mal einen Block an die Seite setzen, dann nehmen wir einen Komposter, ganz wichtig, einen Komposter, damit der Villager zu einem Farmer wird, setzen den hier vorne hin, Nun verkleiden wir ganz einfach die Seiten, ich nehme mal Glas, damit man hier reinschauen kann, und oben auf den Komposter tun wir einmal eine Trapdoor drauf. Diese kann nachher auch zugemacht werden. Die Idee dahinter ist, dass hier vorne keine Items drauf landen. Nun müssen wir einmal einen Villager in die Farm bekommen, das könnt ihr ganz einfach mit einem Minecraft machen, ihr transportiert den hier hin, und dann schmeißt ihr den hier vorne in der Lücke raus. Je nach Tageszeit wird er sich jetzt direkt den Beruf nehmen, wir haben die Tageszeit 6000, das heißt, er sollte jetzt hier relativ schnell gleich zum Farmer werden, das ist der Fall, und je nachdem, welche Tageszeit hat, wird das bei euch auch sehr, sehr schnell gehen. Wichtig zu beachten ist, dass die Farm natürlich nur dann funktioniert, wenn die Villager am Arbeiten sind. Mit der Minecraft-Version 1.14 ist das ungefähr für 5 Minuten am Tag der Fall vom Tag-Nachts-Rhythmus, das heißt, tagsüber sollte der Villager eigentlich farmen, nachts funktioniert die Farm nicht. Wir haben jetzt den Villager hier drinnen, und im Grunde genommen ist die Farm einsatzbereit. Zwei Kleinigkeiten müssen wir noch beachten, und zwar kann es am Anfang durchaus lange dauern, bis die Farm anläuft, das ist abhängig davon, was ihr baut. Wenn ihr Weizen baut, müsst ihr erstmal dafür sorgen, dass der Villager genügend Weizen in seinem Inventar hat, das geht aber mit dieser Farm relativ schnell, gleiches Geld für Kartoffeln und Karotten. Wichtig ist auch zu wissen, dass Rotebeete mit der Farm nicht anbaubar ist, da man mehr als ein Bohnenmehl eventuell brauchen kann, damit Rotebeete wächst, und so würde die Farm dann nicht funktionieren. Wir machen jetzt weiter, indem wir mal sagen, wir möchten Weizen anbauen. Wir fluten jetzt einfach mal das Inventar des Villagers mit 64 Weizen-Seeds, und damit jetzt auch gleich direkt hier Weizen rauskommt, sollten wir auch sein Inventar einmal mit Weizen füllen. Das sollten insgesamt 1, 2, 3, 4 Stacks sein. Das gleiche müsst ihr dann auch bei Karotten machen, bloß, dass ihr da keine Seeds und Seeds bzw. Weizen braucht, sondern einfach nur 4x64 Karotten reinschmeißt oder Kartoffeln, sodass die Farm direkt anläuft. Damit die Villager jetzt hier nicht hoch und runter hüpfen, das Feld zerstören können, setzen wir hier oben drauf nochmal einen Half-Slap drauf, und jetzt schmeißen wir die Farm einmal an, indem wir hier vorne das Feld bearbeiten. Solltet ihr gegebenenfalls mehr Bohnenmehl hier reinbekommen wollen, schließt einfach hier vorne einen Trichter an, baut eure Bohnenmehlfarm daneben an hin, oder macht das wie ich, setzt hier drauf eine Kiste, füllt die mit Bohnenmehl auf, so sollte die Farm dann einigermaßen lange laufen. Wir schmeißen jetzt die Farm an, bearbeiten hier vorne das Feld und ihr seht, der Villager pflanzt direkt die Sachen an. Das wird alles erkannt vom Observer, das sorgt wiederum dafür, dass das Bohnenmehl ausgeschossen wird. So wachsen die Sachen vollständig, der Villager baut das Ganze ab, die Loots landen dann hier vorne auf dem Feld drauf, da das Feld nicht einen Block hoch ist, wird es vom Hopper eingesammelt und die Sachen landen dann hier vorne in der Kiste und so können wir dann ganz gemütlich und entspannt große Mengen an Weizen, Karotten oder Kartoffeln farmen. Das soll es jetzt an dieser Stelle vom Tutorial gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich euch das empfehlen, auf jeden Fall zu tun. Und ansonsten habe ich eine Tutorial-Playlist mit über 200 weiteren Tutorials, auch die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen.